Attraktionen, Attraktionen. Ich bist dummisch. Lest noch. Ich hau das ganze Scheit auseinander. Ohne nach hinten, nach links. Nach links. Holla-di. Gehst du gleich duschen? Meine Zähne werden. Wenn wir hier gleich, wo wir vom Käppchen passen? Konfetti-Kanon. Stühle einpacken mit System mit Udo. Ist das ein Salattopf hier eigentlich? Möbelwagen. Udo, hier ist sogar eine Blaubeerroute. Er hat keine Zeit für Blaubeerroute. Er will externe Steine gucken. Pass auf, wir kriegen Anschiss. So Hamster-mäßig. Dass da früher die Frauen gesessen haben und haben im See Wäsche gewaschen. Ihre Strapse. Die Jäcke ist da eingeklärt. Udo. Ja? Wir müssen jetzt Zeit ziehen und Urlaub absagen. Ich hab Urlaub. Udo. Nein. Warum? Weil ich Urlaub hab. Zeit ziehen und jetzt kann ich Zeit ziehen auf einen Sportplatz machen, oder was? Ja. Ich schnagel schere. Ich schnagel dir gleich. Guck mal, du fährst hierher, kannst Regionalliga gucken. Hohes Niveau. Alles klein geblieben. Kein Multimillionenkonzern dahinter. Beim BVB-Spiel ist der Bus von Dortmund hinten im Acker stecken geblieben. Mir wird der nie was gegönnt. Ja, da hab ich mir gedacht, dass wir den Hamster nicht sehen. Bei aller Liebe, der Schiri wird das so nicht anpfeifen. Hier kannst du dir ja die Hacksänen brechen. Wo ist Henke denn? Hey, wo bist du? Kuckuck. Überfall. Nee, 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 nee. Hat er eine Ufa? Henke! Oh, du fährst mit den. Das ist ja noch mal. Das ist ja noch mal. Wo ist Henke. Was ist heute? Weil ich mein recht gut verschweißt. Wie lange auf.